Achtsamkeit auf den Atem An dieser Stelle des Satipatthana Sutta haben wir also einen passenden Ort für unsere Praxis gefunden, eine angemessene Haltung eingenommen und Achtsamkeit vor uns entwickelt. Der Buddha lässt nun eine Reihe von weiterführenden Anweisungen für die Atmung folgen, was der ersten der Betrachtungen des Körpers entspricht. Wie in vielen anderen Lehrreden weist uns auch hier der Buddha auf einen unschätzbaren und häufig übersehenden Schatz hin, unseren eigenen Atem. Zitat Irbikus Wenn die Achtsamkeit auf den Atem entfaltet und geübt wird, ist sie von großer Frucht und großem Nutzen. Wenn die Achtsamkeit auf den Atem entfaltet und geübt wird, vervollkommnet sie die vier Grundlagen der Achtsamkeit. Wenn die vier Grundlagen der Achtsamkeit entfaltet und geübt werden, vervollkommnen sie die sieben Erleuchtungsglieder. Wenn die sieben Erleuchtungsglieder entfaltet und geübt werden, vervollkommnen sie wahres Wissen und Befreiung. Zitat Ende Dieser einfache Atem ist so ein gutes Objekt der Meditation, weil er immer da ist und für alle Personen funktioniert. Er führt zu tiefer Konzentration und tiefschürfenden Einsichten. Er ist das Gegenmittel zu Ablenkungen und abschweifenden Gedanken und wirkt zum Zeitpunkt des Todes stabilisierend. Nicht nur der letzte Atemzug unseres Lebens, auch der letzte Atemzug unseres Tages kann ein achtsamer sein. Eine herausfordernde, aber interessante Praxis dazu ist, zu bemerken, ob wir beim Einatmen oder beim Ausatmen einschlafen. 1. Einatmend weiß ich, dass ich einatme Wir beginnen unsere Praxis mit der schlichten Wahrnehmung. Einatmend weiß ich, dass ich einatme. Ausatmend weiß ich, dass ich ausatme. Wir kontrollieren unseren Atem nicht und üben keinen Druck aus. Beim Einatmen wissen wir, dass wir einatmen. Beim Ausatmen wissen wir, dass wir ausatmen. Das ist ganz einfach und doch am Anfang nicht so leicht. Der Geist neigt dazu, sich von Plänen, Erinnerungen, Bewertungen und Kommentaren davontragen zu lassen. Alles Varianten geistiger Abschweifungen. Doch sobald wir merken, wir sind nicht beim Atem, lassen wir bei diesem Teil der Praxis einfach sanft los und fangen wieder an. In der zweiten Gruppe von Anweisungen zum achtsamen Atmen sagt der Buddha, Lang einatmend weiß ich, dass ich lang einatme. Kurz einatmend weiß ich, dass ich kurz einatme. Die Idee hierbei ist, den Atem auf keine Weise zu beeinflussen, sondern einfach zu bemerken, wie er ist. Allein diese Übung kann helfen, die Gewohnheit der Atmungskontrolle loszulassen. Wir bemerken einfach achtsam, wie sich jeder Atemzug zeigt, ob er kurz oder lang ist. Diese Anweisung erinnert uns, dass es hier nicht um eine Atemübung geht, sondern um Achtsamkeit. Jede Art von Atmung passt dazu. Wie bei vielen Anweisungen in diesem Sutta, wird auch diese von verschiedenen Lehrern und Lehrerinnen unterschiedlich interpretiert. Der burmesische Meister der Mahasi-Tradition, Sayadav Upandita, spricht davon, wie der Geist auf sein Objekt zustürmt, es machtvoll ergreift und tief durchdringt. Andere Lehrer betonen eher eine empfängliche Herangehensweise, als ob man lauscht. Nicht in dem Sinne, dass man die Geräusche des Atems hört, sondern im Sinne einer lauschenden, empfangenen Haltung. Wir brauchen uns nicht darüber zu streiten, welcher Ansatz richtig ist, auch nicht innerlich. Wir können vielmehr all diese Ansätze als geschickte Mittel betrachten, Achtsamkeit, Konzentration und Einsicht zu entwickeln. Wenn sich der Geist zu sehr bemüht und sich anspannt, müssen wir etwas weicher und entspannter werden. Wenn er viel abschweift oder schläfrig ist, kann das machtvolle Aufdaußobjekt zustürmen sehr hilfreich sein. Der hochverehrte Lehrer der thailändischen Waldtradition, Ayan Cha, verwendete ein bekanntes Beispiel für diese Art von Balance. Einmal kann jemand zu ihm und beschwerte sich über die widersprüchlichen Empfehlungen, die er seinen Schülern gab. Manchmal riet er zu einer Sache und etwas später zu genau dem Gegenteil. Ayan Cha antwortete, Es ist so, wenn ich sehe, wie jemand einen Weg entlang wandert und links in den Graben zu fallen droht, rufe ich Geh rechts. Geht später dieselbe Person oder jemand anders einen Weg entlang und droht rechts in den Graben zu fallen, rufe ich Geh links, geh links. Es dreht sich immer darum, auf dem Weg zu bleiben. Zitat Ende Manchmal kann der Atem sehr fein werden, manchmal sogar nicht mehr wahrnehmbar sein. Wir sollten den Atem dann nicht verstärken, um ihn zu spüren, sondern eher den Geist von unserem Atem auf seine subtile Ebene sinken lassen. Es ist, als lauschte man auf das Flötenspiel von jemandem, der allmählich in der Ferne entschwindet. Die Feinheit des Atems kann genutzt werden, um den Geist zu verfeinern. Wenn der Atem tatsächlich verschwindet und wir ihn gar nicht mehr spüren, können wir einfach unseres sitzenden Körpers gewahr bleiben, bis der Atem von alleine wieder auftaucht. Einatmend empfinde ich den ganzen Körper. An diesem Punkt des Suttas gibt es einen interessanten Wechsel in der Sprache. Wie Annala Jo anmerkt, verwendet der Buddha in den ersten zwei Übungen das Verb Wissen. Einatmend weiß ich, dass ich einatme, etc. Aber in den nächsten beiden Übungen der Achtsamkeit auf den Atem verwendet der Buddha das Verb Üben. Zitat Zitat Ende Dieser Wechsel in der Sprache von Wissen zu Üben lässt darauf schließen, dass mit der Erweiterung unseres Gewahrseins auf den ganzen Körper auch eine Intensivierung der Absicht unserer Praxis einhergeht. Aber auch hier gibt es zwei Interpretationen dahingehend, was es in diesem Zusammenhang bedeutet, den ganzen Körper zu erleben. Man kann es wortwörtlich nehmen, das heißt den Atem im ganzen Körper spüren oder während des Atmens den ganzen Körper spüren. Die zweite Interpretation von den ganzen Körper erleben findet sich in den buddhistischen Kommentaren, denen zufolge sich dieser Ausdruck auf den ganzen Atemkörper bezieht. Dass wir also üben, den Anfang, die Mitte und das Ende jedes Atemzugs wahrzunehmen. Von der einfachen Wahrnehmung, ob der Atem lang oder kurz ist, spüren wir den Atem jetzt unmittelbar und bemerken bei jedem Ein- und Ausatmen den ganzen Fluss des Atems mit all seinen wechselnden Empfindungen. Wie bereits erwähnt, können beide Interpretationen als unterschiedliche geschickte Mittel betrachtet werden, die zu gegebener Zeit angewendet werden können. Wenn wir den Atem zu sehr kontrollieren, ist es nicht hilfreich, sich ganz auf den Atem zu konzentrieren. Möglicherweise ist es dann besser, sich des Atems in größerem Zusammenhang des ganzen Körpers bewusst zu sein. Falls wir jedoch etwas Gedanken verloren sind, kann es unsere Achtsamkeit und Konzentration stärken, unseren Fokus ganz auf den Strom der Empfindungen des Atems zu beschränken. Beruhigung der Gestaltungen Die letzte Anweisung in dieser Reihe besteht darin, zu üben, mit jedem Atemzug die Gestaltung des Körpers zu beruhigen. Wir können das auf zweierlei Arten tun. Wenn wir den Satz, den ganzen Körper empfindend einatmen und ausatmen, so verstehen, dass wir uns unserer gesamten sitzenden Haltung bewusst werden, bedeutet die Beruhigung der Gestaltung des Körpers, eine ruhige, beständige Haltung einzunehmen und unsere Neigung zur Bewegung zu beruhigen. Wir können uns vornehmen, eine bestimmte Zeit lang keine absichtliche Bewegung durchzuführen. Beziehen wir den Satz, den ganzen Körper erleben, auch den Atemkörper, so bedeutet die Beruhigung der Gestaltung des Körpers, sich mit der Absicht zu verbinden, das Atmen selbst zu beruhigen. Manchmal hilft es dann, einfach leise die Worte ruhig, beruhigend zu wiederholen. Ist der Atem ruhig, dann wird auch der Körper ruhiger. Und wenn die Körperhaltung ruhiger wird, beruhigt sich der Atem. Beides steht in Wechselwirkung miteinander. Es ist überraschend, wie oft wir in unserem Leben den Atem übersehen und ihn in unserer Meditationspraxis manchmal langweilig finden. Nicht nur, dass jeder Atemzug uns am Leben erhält, die bewusste, achtsame Wahrnehmung des Atems bildet die Grundlage für das Erwachen des Buddha. Sie kann auch die Grundlage unseres eigenen Erwachens sein. Zitat Wenn euch ihr Mönche andersfertige Pilger etwa fragen sollten, was war das, ihr Brüder, für ein Verweilen, in dem der Erhabene während der Regenzeit am meisten verweilte? So mögt ihr Mönche auf solche Frage den Pilgern antworten, in der Einigung bedachtsamer Ein- und Ausatmung hat der Erhabene während der Regenzeit am meisten geweilt. Wenn man nun ihr Mönche zu Recht von etwas als edles Verweilen oder göttliches Verweilen oder Verweilen des Vollendeten sprechen kann, so mag es bei der Einigung bedachtsamer Ein- und Ausatmung sein. Die, da ihr Mönche übende Mönche sind und in geistiger Unermüdlichkeit verweilen, um den unübertrefflichen Yogafrieden zu erreichen, die für die Einigung bedachtsamer Ein- und Ausatmung entfaltet und ausgebildet zur Triebversiegung. Die, da aber ihr Mönche als Mönche Heilige sind, Triebversiegte, Endiger, die das Werk gewirkt, die Last abgelegt, das Heil sich errungen, die Daseinsfesseln versiegt haben, die durch vollkommenes höchstes Erkennen erlöst sind, die führt die Einigung bedachtsamer Ein- und Ausatmung entfaltet und ausgebildet schon zu Lebzeiten, zu glücklichem Verweilen, in achtsamer Klarbewusstheit. Zitat Ende Achtens Achtsamkeit auf die Körperhaltung Im nächsten Absatz des Suttas erweitert der Buddha den Bereich der Achtsamkeit auf den Körper von Atem auf die Körperhaltungen. Zitat Ende Beim Stehen weiß er Ich stehe Beim Sitzen weiß er Ich sitze Beim Niederlegen weiß er Ich lege mich nieder Oder er weiß der Haltung entsprechend, in der sich der Körper gerade befindet. Zitat Ende In dieser schlechten Praxis liegt eine große Kraft. Statt uns zu oft von Gedanken und Ideen davontragen zu lassen, ehrten wir uns damit im Gewahrsein des Körpers. Mein erster Lehrer Munindraji sagte häufig Sitzt und wisst, dass ihr sitzt und das gesamte Dharma wird offenbar. Das gilt für jede der vier Haltungen Sitzen, Stehen, Gehen und Liegen. Wie genau offenbart diese einfache Achtsamkeitspraxis das Dharma? Sie stärkt die Stetigkeit des Gewahrseins. Die Achtsamkeit auf die Körperhaltungen, einfach zu bemerken, wie wir im Laufe des Tages von einer Haltung in eine andere übergehen, fördert die Stetigkeit unseres Gewahrseins. Es ist nicht kompliziert. Wir brauchen dafür nicht in einem besonders konzentrierten Zustand zu sein und wir können das gleichermaßen in der Zurückgezogenheit und außerhalb eines Retreats praktizieren. Wir sitzen und wissen, dass wir sitzen. Wir gehen und wissen, dass wir gehen. Wir stehen und wissen, dass wir stehen. Wir brauchen keine Meditationsschule zu besuchen, um wach zu sein. Zu Buddhas Zeiten gab es viele sieben Jahre alte Arahans, vollständig erwachte Wesen. Ich glaube, das lag daran, dass sie ganz einfachen Anweisungen folgen konnten. Sie offenbart den Zustand unseres Geistes. Das achtsame Wahrnehmen der verschiedenen Körperhaltungen im Laufe eines Tages offenbart auch viel über den Zustand unseres Geistes. Vielleicht bemerken wir beim Gehen manchmal, wie wir auf einem Ort oder einer Handlung zueilen. Dabei bedeutet Eilen nicht unbedingt, dass wir schnell sind. Es bezieht sich eher auf einen Zustand der Erwartung, des Wollens, des energetischen Vorwärtsstürzens, statt im jeweiligen Moment zu ruhen und wahrzunehmen, was gerade da ist. Eine der hilfreichsten Anweisungen für die Gehmeditation lautet beim Gehen einfach gehen. Diese simple Erinnerung kann die Energie des Eilens und des vielleicht unbemerkten Verlangens nach einem meditativen Zustand durchbrechen. Beim Gehen nur gehen. Wir kehren zur Einfachheit dieses Augenblicks zurück. Oder im Stehen bin ich ruhelos oder ungeduldig oder stehe ich präsent, gut geerdet und entspannt. Die Achtsamkeit auf die Körperhaltungen bildet die Grundlage zur Überwindung unheilsamer Geisteszustände. Sie hilft sogar bei ziemlich intensiven Fällen. Vor seiner Erleuchtung, als der Buddha noch ein Bodhisattva war, ging er oft in entlegene Dschungelgebiete, um sich der Angst in seinem Geist zu stellen. Zitat Und während ich mich dort aufhielt, kam gelegentlich ein wildes Tier in meiner Nähe oder ein Pfau schlug einen Ast ab oder der Wind raschelte in den Blättern. Ich dachte, was nun, wenn jetzt Furcht und Schrecken kommen? Ich dachte, warum weil ich immer in Erwartung von Furcht und Schrecken? Wie wäre es, wenn ich jene Furcht und jenen Schrecken unterwürfe, während ich die Stellung beibehalte, in der ich mich befinde, wenn sie über mich kommen? Während ich auf und ab ging, kamen Furcht und Schrecken über mich. Weder blieb ich stehen, noch setzte ich mich, noch legte ich mich hin, bis ich jene Furcht und jenen Schrecken unterworfen hatte. Während ich stand, kamen Furcht und Schrecken über mich. Weder ging ich auf und ab, noch setzte ich mich, noch legte ich mich hin, bis ich jene Furcht und jenen Schrecken unterworfen hatte. Während ich saß, kamen Furcht und Schrecken über mich. Weder ging ich auf und ab, noch stand ich auf, noch legte ich mich hin, bis ich jene Furcht und jenen Schrecken unterworfen hatte. Es kann ermutigend sein, sich zu vergegenwärtigen, dass selbst der Bodhisattva in seiner Ausrichtung auf Verleuchtung mit denselben Schwierigkeiten konfrontiert war, denen wir in unserem Leben begegnen. Allein die Tatsache, dass Kleinigkeiten wie ein fallender Ast oder raschelndes Laub im Buddha starke Ängste weckten, verbindet die Reise des Buddha mit unserer eigenen. Seine Worte machen deutlich, dass die Läuterung des Geistes nicht nur auf die Sitzpraxis beschränkt ist. Wir können diese unheilsamen Geisteszustände erkennen und durchschauen, wann immer und wo immer sie sich zeigen. Wir können die Flagge der Achtsamkeit hissen, egal in welcher Haltung wir uns gerade befinden. Die berühmte Künstlerin des amerikanischen Südwestens Georgia O'Keefe beschrieb dieselbe mutige Haltung gegenüber der Angst so Ich habe jeden einzelnen Augenblick meines Lebens schreckliche Angst gehabt und ich habe nie zugelassen, dass sie mich von irgendetwas abhielt, was ich tun wollte. Sie fördert unser Verständnis der drei Daseinsmerkmale Die Achtsamkeit auf die Körperhaltungen Im Gehen weiß ich, dass ich gehe, im Stehen weiß ich, dass ich stehe, ebnet auch den Weg zum Verständnis der drei Daseinsmerkmale jeglicher Existenz. Unbeständigkeit, Anicja, ist offensichtlich, wenn wir von einer Haltung in eine andere wechseln. Das betrifft nicht nur die großen Übergänge vom Sitzen zum Stehen oder vom Stehen zum Liegen, sondern auch die unzähligen kleinen Veränderungen, die mit dem Prozess des Wechsels von einer Haltung in eine andere einhergehen. Wenn wir entschleunigen, können wir all diese Mikroempfindungen in jedem Augenblick wahrnehmen. Sie können einmal ausprobieren, Ihren Arm einfach vor sich hin und her zu bewegen. Während Sie das ganz langsam tun, werden Sie eine Menge unterschiedlicher Empfindungen des Gewichts, der Schwere, des Pulsierens und der Muskelbewegungen bemerken. In jedem einzelnen Moment passiert so viel. Die Achtsamkeit auf die vier Körperhaltungen erhält auch ganz unmittelbar die Wahrheit von Dukha, Unzufriedenheit. Wir brauchen nur darauf zu achten, warum wir uns bewegen oder die Haltung verändern. Schauen wir genau hin, so erkennen wir, dass fast allen Bewegungen die Absicht zugrunde liegt, dem Unwohlsein zu entgehen oder Schmerz zu lindern. Wenn wir sitzen, machen wir kleine Positionswechsel, um Anspannungen zu lösen. Und falls der Schmerz unerträglich wird, machen wir größere Bewegungen. Indem wir zum Essen gehen, wollen wir das Leiden des Hungers beenden. Durch das Aufsuchen der Toilette erlösen wir uns von einem Unwohlsein. Wir legen uns hin, um die Müdigkeit loszuwerden. Doch selbst wenn wir meinen, endlich Ruhe zu finden, will sich der Körper nach einer Weile umdrehen oder strecken. Und nach etlichen Stunden wollen wir wieder aufstehen, weil der Körper vom langen Liegen steif geworden ist. All dies wird in dem Dharma-Spruch zusammengefasst, Bewegung kaschiert Dukkha. Es lohnt sich zu erforschen, was uns zu den vielen Bewegungen motiviert, die wir im Laufe eines Tages machen. Achtsamkeit auf die Körperhaltungen vertieft auch die Einsicht in die Selbstlosigkeit. Während wir gehen, können wir innerlich die unausgesprochene Frage in uns tragen, In der beständigen Achtsamkeit auf den Körper in seinen verschiedenen Haltungen beginnen wir, seine unpersönliche Natur zu erkennen. Es gibt eine wichtige Stufe der Einsicht, die Reinheit der Erkenntnis genannt wird. Es ist die erste tiefe Erkenntnis der selbstlosen Natur aller Phänomene. Es ist die Einsicht in Nhamarupa, was häufig mit Geist und Materie übersetzt wird. Auf dieser Stufe der Meditation erkennen wir, dass alles, was geschieht, einfach der Prozess des Wissens und seines Objekts ist. Die Empfindungen des stehenden Körpers und das Wissen darum, die Empfindungen des sitzenden Körpers und das Wissen darum. Wir erkennen, dass es niemanden gibt, dem all dies widerfährt. Nur das gemeinsame Fortschreiten von Wissen und Objekt. Durch die Erkenntnis der wechselseitigen, ursächlichen Bedingtheit zwischen dem Geist und den materiellen Elementen des Körpers, vertiefen wir unser Verständnis der Selbstlosigkeit. Der Körper bewegt sich aufgrund der Absicht des Geistes, welche die Bewegung initiiert. Es ist der Geist, der die Materie prägt. Zu anderen Zeiten versetzt eine körperliche Erfahrung, ein Anblick, ein Geräusch, eine Empfindung, den Geist in einen Zustand der Freude oder der Abneigung. Dann prägt der Körper den Geist. In der Meditationspraxis erleben wir diese Einsicht in die Selbstlosigkeit des Prozesses zum Beispiel, wenn wir das Gefühl haben, gegangen zu werden, wenn die Gehbewegung ganz von alleine zu geschehen scheint. Manchmal fühlt es sich an, als würden wir vorwärts geschoben oder gezogen. Dies ist die Erfahrung, dass niemand da ist, der etwas tut, und dass es nur das Spiel zwischen mentalen und physischen Elementen gibt, die in verschiedenen Ursache-Wirkungsbeziehungen miteinander agieren. Die beständige Achtsamkeit auf die sich verändernden Körperhaltungen stärkt unser stetiges Gewahrsein der Unbeständigkeit, was wiederum hilft, uns von der Identifikation mit dem Körper als einem beständigen Selbst zu befreien. Wir beginnen, die Lehre zu leben, die der Buddha seinem Sohn Rahula gab. Alle Phänomene sollten mit angemessener Weisheit gesehen werden. Dies ist nicht mein, dies bin ich nicht, dies ist nicht mein Selbst. Das Verständnis, dass der Körper nicht mein ist, hilft, den Geist von Verlangen und Anhaftung zu befreien. Dann behaupten wir nicht länger, Eigentümer der physischen Elemente des Körpers oder des darum wissenden Geistes zu sein. Der Sinn und Zweck unserer ganzen Praxis ist, den Geist von hinderlichen, ungeschickten Zuständen zu läutern. In den Worten des Buddha, Übelwollen und Hass zu vermeiden und voller Mitgefühl zum Wohle aller Wesen zu verweilen. Anandasch Erwachen In den Lehrreden gibt es viele Geschichten von Mönchen und Nonnen, die durch die Achtsamkeit auf die Körperhaltungen Erleuchtung erlangten. Ananda war der geliebte Cousin des Buddha und sein enger Begleiter. Schon früh erlangte er den Stromeintritt, die erste Stufe der Erleuchtung. Aber es gelang ihm nicht ganz zu erwachen. Nach dem Tod des Buddha wurde eine große Versammlung einberufen, um alle Lehren zu rezitieren. Es kamen 499 Arahants. Ananda wurde eingeladen, weil er ein so überragendes Gedächtnis hatte und bei allen Lehren des Buddha anwesend gewesen war. Ananda schämte sich ein wenig, dass er die Lehre noch nicht voll und ganz verwirklicht hatte und verbrachte die Nacht vor der Versammlung in Gehmeditation. Spät in der Nacht erkannte er, dass er sich zu sehr bemühte und beschloss, sich etwas auszuruhen. Er ging sehr achtsam zu seinem Bett und begann sich in voller Achtsamkeit hinzulegen. Genau in dem Augenblick, als er sich hinlegte, kurz bevor sein Kopf das Kissen berührte und seine Füße im Bett waren, öffnete sich sein Geist dem vollständigen Erwachen und er erlangte auch all die verschiedenen übersinnlichen Kräfte. Nachdem er eine Weile dort gelegen und die Seligkeit seines Erwachens genossen hatte, erschien er spontan vor der Versammlung und alle wussten, dass Ananda sein Ziel erreicht hatte. In unserer Meditation ziehen wir zwar häufig die Sitzhaltung vor, doch der Pfad des Erwachens ist nicht auf eine bestimmte Haltung beschränkt. Dieser Abschnitt des Satipatthana Sutta über die Achtsamkeit auf die Körperhaltungen beschreibt einen der wirksamsten Wege, die Einsichten einer intensiven Retreat-Praxis in die Aktivitäten des täglichen Lebens einfließen zu lassen. Arjan Chah sagte dazu, Manche Leute meinen, dass man umso weiser wird, je länger man sitzen kann. Ich habe Hühner gesehen, die tagelang auf ihren Nestern sitzen. Weisheit erwächst aus Achtsamkeit zu jeder Zeit und in allen Körperhaltungen. Zitat Ende Diesem Abschnitt der Achtsamkeit auf die Körperhaltungen folgt wieder der Refrain, der uns an die wichtigen Elemente der Praxis erinnert. Wir betrachten die Körperhaltungen innerlich, äußerlich und sowohl innerlich als auch äußerlich. Wir betrachten das Entstehen und Vergehen, ihre Unbeständigkeit und beachten auch die Haltungen in dem Maße, wie es für das reine Wissen und die beständige Achtsamkeit notwendig ist. Wir verweilen unabhängig, ohne dabei an irgendetwas in der Welt anzuhaften. 9. Achtsamkeit auf die Handlungen Das Gewahrsein der Körperhaltungen führt ganz natürlich zum nächsten Aspekt von Satipatthana, der Achtsamkeit auf das Tun. Zitat So dann, ihr Mönche, handelt er wissensklar beim Vorwärts- und Zurückgehen. Er handelt wissensklar beim Hinblicken und Wegblicken. Er handelt wissensklar beim Beugen und Strecken seiner Glieder. Er handelt wissensklar beim Tragen von Obergewand, Essensschale und Robe. Er handelt wissensklar beim Essen und Trinken, beim Kauen und Schmecken. Er handelt wissensklar beim Entleeren von Kot und Urin. Er handelt wissensklar beim Gehen, Stehen und Sitzen, beim Einschlafen und Aufwachen, beim Sprechen und Schweigen. Zitat Ende Wissensklarheit, wie der Pali-Begriff Sampayana in der Regel übersetzt wird, kann auch als klares Begreifen verstanden werden. Damit ist gemeint, etwas ganz genau zu sehen oder durch und durch zu begreifen, mit allen fünf spirituellen Fähigkeiten, Vertrauen und Glauben, Energie, Achtsamkeit, Konzentration und Weisheit gleichermaßen. Klares Begreifen üben Es gibt vier Möglichkeiten, diese Geistesqualität, von der der Buddha so oft gesprochen hat, zu entwickeln. Die Motivation hinter einer Handlung erkennen Als erstes können wir die Wissensklarheit entwickeln, indem wir um den Zweck einer Handlung wissen, bevor wir sie ausführen, und verstehen, ob sie uns selbst und anderen dient oder nicht. Diese Praxis führt unsere Meditation einen Schritt weiter, als uns lediglich unserer Körperhaltung bewusst zu sein. Hier werden wir aufgefordert, unsere Motivation für unser Handeln zu erkennen und zu reflektieren. Ist das geschickt? Ist das ungeschickt? Diese Unterscheidung zu üben, hat enorme Auswirkungen auf unser Leben in der Welt. Weil unsere Motivation oft subtil und schwer zu erkennen ist, häufig handelt es sich um eine Mischung oder eine Reihe widersprüchlicher Motive, braucht es viel Ehrlichkeit, Klarheit und Achtsamkeit, um den inneren Antrieb hinter unserem Tun und Lassen deutlich zu erfassen. Ein Ereignis, welches ich auf einem langen Selbstretreat erlebte, mag helfen, die Komplexität unserer Motivationen zu erhellen. Ich hatte einiges an Dharma-Lektüre studiert und dabei eine Geschichte gefunden. Mein erster Gedanke war, dass diese genau richtig sei für meine Kollegin Sharon Salzberg, die zu jener Zeit ein Buch schrieb. Gute Geschichten sind für Dharma-Lehrer Gold wert. Von daher freute ich mich, dass mein erster Impuls war, ihr diese Geschichte zukommen zu lassen. Doch unmittelbar danach tauchte der Gedanke auf, nein, ich behalte diese Geschichte und nutze sie selbst. Andere Gedanken folgten rasch darauf, das ist egoistisch, ich sollte ihr davon erzählen. Aber vielleicht erzähle ich ja auch von diesem inneren Prozess, dann fühlt sie sich ein bisschen in meiner Schuld. Nein, das ist nur noch egoistischer. Und so weiter. Irgendwann begann ich mich zu fragen, wo es in diesem ganzen Prozess eigentlich eine reine Motivation gab. Im Rückblick erkannte ich, dass jener allererster Impuls, ihr die Geschichte mitzuteilen, eine gewisse Reinheit hatte. Wissensklarheit oder klares Begreifen befreit unseren Geist also nicht automatisch von ungeschickten Gedanken. Es erlaubt uns vielmehr zu erkennen, was in unserem Geist vor sich geht und auf der Basis dieses klaren Erkennens weisere Entscheidungen zu treffen. Klares Begreifen ist ein großartiger Verbündeter in unseren täglichen Begegnungen mit Mara. Mara ist die Verkörperung der Verblendung. Doch im Gegensatz zum Teufel oder Satan der westlichen Religionen, der als Herr der Unterwelt gilt, betrachtet die buddhistische Tradition Mara als den Herrn der höchsten himmlischen Reiche. Seine Aufgabe besteht darin, uns mit vielen verführerischen und verwirrenden Tricks in den samsarischen Anhaftungen gefangen zu halten. Mara kann sich zum Beispiel als die schlichte Verlockung von Verlangen und Gier manifestieren. Wir können das rund um das Thema Nahrungsmittel erleben, wenn wir weiter essen, obwohl wir satt sind oder im Übermaß ungesunde Sachen zu uns nehmen. Auf einer subtileren Ebene können sich hinderliche Geisteszustände in unserer Praxis auch als Freunde einschleichen. Ein dumpfer, matter Geist kann beispielsweise vorgeben, mit vielen zu sein, indem er uns, wenn wir bei der Praxis müde und frustriert sind, einflüstert, wir könnten doch einfach aufhören. Ich habe genug getan. Ich habe mich wirklich angestrengt. Jetzt will ich mal ausruhen. Manchmal brauchen wir wirklich eine Pause. Aber es kann auch ein Trick sein, um uns einer Herausforderung nicht zu stellen. Mir hat der in mehreren Suttas erwähnte Satz »Mara, ich sehe dich« in solchen Situationen häufig geholfen, mich der Verlockung unheilsamer Geisteszustände zu entziehen. Natürlich beruht unsere Fähigkeit, all diese Aspekte von Mara zu erkennen und uns von ihnen zu befreien, auf der Klarheit, mit der wir bemerken, was gerade vor sich geht. Um den Zweck unseres Handelns als förderlich oder nicht förderlich zu erkennen, brauchen wir auch ein Verständnis der ethischen Dimensionen der Achtsamkeit, genauer gesagt der Unterscheidung zwischen heilsamen und unheilsamen Geisteszuständen und Handlungen, die jeweils zu Glück oder Leiden führen. Ein tibetisches Gebet, ein Segensspruch, bringt dieses Verständnis zum Ausdruck. Mögest du Glück erfahren und die Ursachen von Glück. Mögest du frei sein von Leiden und den Ursachen von Leiden. Dieser Abschnitt der Satipadthana Sutta über Achtsamkeit und ein klares Verständnis all unserer täglichen Aktivitäten ist der Anfang der Umsetzung dieses Gebets in unserem Leben. Wenn wir den Zweck und den Nutzen unseres Tuns klar begreifen, verfügen wir über mehr Möglichkeiten zu weisen Entscheidungen. Wohin führt dieses Handeln? Will ich dorthin? Der bekannte vietnamesische buddhistische Meister, Dichter und Aktivist Thich Nhat Han brachte es ganz einfach auf den Punkt. Buddhismus ist ein kluger Weg, das Leben zu genießen. Glück steht zur Verfügung. Greifen Sie zu! Um die Angemessenheit einer Handlung wissen Die zweite Möglichkeit bezieht sich auf die Angemessenheit einer Handlung. Selbst wenn etwas heilsam ist, müssen wir prüfen, ob Zeitpunkt und Ort passend sind. Der Buddha betont diesen Aspekt in seinen Lehren zur rechten Rede, die sich in zwei Fragen zusammenfassen lassen. Ist es wahr? Ist es nützlich? Selbst wenn etwas wahr ist, muss es nicht zu jedem Zeitpunkt passend sein, es zum Ausdruck zu bringen. Ein Bewusstsein seiner Angemessenheit stellt unser Handeln in einen größeren Zusammenhang, bei dem zugleich die Wirkung auf andere berücksichtigt wird. Dieses weise Bedenken hilft uns auch, uns aus spirituellen Selbstbildern zu befreien. Diese Lektion prägte sich mir ein, als ich in Bodhgaya in Indien sah, wie mein Lehrer Anagarika Munindra im Bazar unnachgiebig mit einem Erdnussverkäufer verhandelte. Aus meiner westlichen Sicht schien es mir unziemlich, dass ein großer Meditationsmeister wegen ein paar Cent für mehr Erdnüsse feilschte. Als ich ihn daraufhin ansprach, antwortete er nur, der Weg des Dhamma ist, simpel zu sein, aber kein simpel. Er hatte keine Selbstbildprobleme. Er tat, was an jenem Ort zu jenem Zeitpunkt angemessen war. Die Übungsfelder kennen Als drittes können wir durch das Wissen um die rechten Übungsbereiche für die Meditation Wissensklarheit üben. Der Buddha hat diese im Satipatthana Sutta mit den vier Anwendungsgebieten der Achtsamkeit klar umrissen. Körper, Gefühle, Geist und die verschiedenen Kategorien von Erfahrung, Dhammas. Es gibt die Geschichte von einem Mönch, der jedes Mal, wenn er etwas unachtsam tat, zurückging und die Handlung wiederholte. Nachdem er 20 Jahre auf diese Weise praktiziert hatte, wurde er ein Arahant. Ich mag diese Geschichte sowohl als Anregung für die Praxis, als auch, weil sie von einer großen Hingabe an den Weg des Erwachens erzählt. Das klare Wissen um die angemessenen Übungsfelder macht außerdem deutlich, wie wichtig es ist, die Sinneseindrücke einzuschränken, damit der Geist nicht achtlos durch die verführerischen Reiche der Sinneswahrnehmungen schweift. Zurückhaltung wird in unserer Kultur gering geschätzt. Wir betrachten Entsagung als etwas Mühsames, das wir tun, weil wir meinen, es sei gut für uns, obwohl wir eigentlich keine Lust dazu haben. Wir können den Wert der Entsagung jedoch auch als eine Praxis der Suchtlosigkeit betrachten. Das könnte uns helfen, die Freiheit zu schmecken, die darin liegt. Nicht-Verblendung verstehen Der letzte Aspekt des klaren Begreifens ist die Nicht-Verblendung, das heißt, das klare Erkennen der zuvor erwähnten drei universellen Daseinsmerkmale. Wir alle wissen um die unbeständige, unzuverlässige und selbstlose Natur aller Phänomene. Nicht-Verblendung bedeutet, zu verstehen, dass es bei all den erwähnten körperlichen Handlungen niemanden gibt, der etwas tut. Handeln geschieht ohne Handelnden. Es sind alles nur leere Phänomene, die sich gemäß dem großen Gesetz von Ursache und Wirkung entfalten. Dogen, der berühmte japanische Zen-Meister aus dem 13. Jahrhundert, beschrieb es im Genjo-Kwan so. Der Weg des Buddha ist, das Selbst zu erforschen. Das Selbst zu erforschen heißt, das Selbst zu vergessen. Das Selbst zu vergessen heißt, von allen Dingen erleuchtet zu sein. In diesem Abschnitt des Suttas über die Achtsamkeit auf die Handlungen wird deutlich, wie wichtig dem Buddha war, dass die Mönche und Nonnen sich ruhig und würdevoll verhalten. Damit ist keine gestellte Steifheit gemeint, sondern vielmehr eine gelassene Würde, wie es der tibetische Chokchen-Meister Zoknirenpoche nannte. Im Westen mag heutzutage für manch einen schon die Idee von Haltung und Würde einen altbackenen Beigeschmack haben. Doch in Asien sind sie deutliche und schöne Bestandteile der buddhistischen Kultur. Vor allem jene, die als Laien oder ordinierte Achtsamkeit praktizieren, weisen in ihren Bewegungen eine große Anmut und in ihren Beziehungen eine deutlich sichtbare Ehrerbietung auf. Das soll nicht heißen, dass dort nicht dieselben Verfehlungen geschehen wie im Westen. Sie sind jedoch in eine kulturelle Norm eingebettet, die eher Bewusstheit, klares Begreifen und Verkörperung fördert als Ablenkung. Nach diesem Abschnitt über die Achtsamkeit auf Handlungen wiederholt der Buddha den Refrain. Darin erinnert er uns daran, all diese Aktivitäten innerlich und äußerlich und sowohl innerlich als auch äußerlich zu betrachten, ihr Entstehen und Vergehen zu erkennen, so achtsam zu sein, wie es für reines Erkennen und beständige Achtsamkeit notwendig ist und dabei ungebunden zu bleiben, ohne Anhaftung an irgendetwas Weltliches. Erkennen